Wir schalten wieder in die Residenz seiner Majestät. Majestät Robert Heinrich I. hat in seiner unergründlichen Weisheit alle politischen Ämter des Landes mit 1.1.2011 abgeschöpft und ist im Begriff, eine neue österreichische Regierung nach seinen Gnaden zu bestimmen. Es fehlt nur noch der weibliche Teil der neuen Regierung. Seifenstein? Majestät! Einen weiblichen Teil der Regierung haben wir auch? Selbstverständlich, Majestät. Immerhin soll die Regierung eurer Majestät doch eine moderne Regierung sein und da brauchen wir natürlich eine Frauenquote. Schau, und wer kommt der Seifenstein? Geladen zur Sonderaudienz seiner Majestät, die gefeierte Operndieber Natalya Ujakova. Aplausos 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 Seifenstein? Majestät! Schicken Sie die neue Regierung raus, es geht jetzt um ein Frauenthema. Da können wir Männer nicht gebrauchen. Zu Befehl, Majestät, meine Herren, bitte nehmen Sie den Personalausgang. Aplausos Zeifenstein! Zeifenstein! Wo wollen Sie denn hin? Aber Majestät, ich bin doch auch ein Mann! Zeifenstein. Manchmal überschätzen Sie sich einmal. Zu Befehl, Majestät. Eure Majestät. Super Akzent hat es auch. Oberösterreichisch? Gleich beim Namen haben wir uns gedacht, ah Oberösterreicherin. Nein, ich bin nicht Oberösterreicherin, ich bin jetzt Wienerin. Wiener? Ich lerne Wienerisch jetzt. Zum Beispiel das Wort Platt. Was? Weil wir irgendwann sagen, mein Gott, du bist Platt geworden. Hoffentlich passiert das nicht. Nein, nein. Von einem guten Menschen kann es nicht genug geben. Und so kleine Spindeln, die schauen ja auf nichts gleich. Wer sollte ihr sagen, dass sie Platt ist? Niemand. Und? Ja. Also in dem Kleid schaut sie schon ein bissl. Aber schuld das Kleid. Ja, das Kleid ist schuld. Das ist auch sehr gute... Ja, das haben wir schon gesehen. Talente zeigen, nicht? Ja, sie hat zwei ganz große. Und alles, alles natural. Wir wissen bis jetzt nicht, welche Augenfarbe sie hat. Ja. 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 Ist Ushakov ein Künstlername oder ist das der richtige Name? Nein, das ist Eure Majestät. Das ist der Name von meinem Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Grossvater. Und er ist sehr berühmt. Er ist Admiral Fjodor Ivanovich Ushakov. Und davon habe ich diesen Namen hier. Schau. Ich trage ihn sehr gern. Das ist ein Russischer Name. Ja, das ist ganz russische Name. Ja. Das ist ganz russische Name. Очень хорошо. Spasibo, дорогой. Schau. 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 Auf allen großen Bühnen zu Hause stellt sich natürlich die Frage, hat sie keine Wohnung? Ja, das ist schade. Wo wohnst du denn? Ja in Hotels, in Appartementen, ab und zu ins Flugzeug. Wirklich? Oder auf Schiff. Einmal fast ins Leben gekommen. Nach Sardinen gefahren. Wirklich. Wogen. Ja wirklich wahr. Wie ist das passiert? Ja, das wollte ich eigentlich im Meer einfach erleben, was ist das, dass Meerkrankheit ist, nicht? Und dass ich mit voller Züge... Seekrankheit, meinst du? Seekrankheit, ja genau. Und das war nicht so schön. Da sollst du mal probieren, sich einen Nagel in den Zehen reinzuhauen. Ist auch nicht schön. Vielleicht findet ihr das auch so lustig. Nein, eigentlich, das war wirklich nicht mehr lustig, weil das alle haben gekotzt. Tut mir leid. Apropos Späiben. Was ist mit Mörbisch? Ja, das habe ich so in Mörbisch erlebt. Ich war noch Studentin und ich habe so wenig Stipendium bekommen. Und ich musste arbeiten, also ich habe geputzt. Sie war jung, sie war jung und hat das Geld gebraucht. Genau, ja. Ja, das haben wir auch lange so ausreden. Das geht sich jetzt nicht mehr aus, leider. Haben wir da Aufnahmen, Seifenstein? Zu gefilm, ist das? Hofbildstelle. Ja, danke. Danke, danke. Der schönste Gelsenstecker den Mörbisch je gesehen hat. Ehrlich? Ja? Ja? Wenn Sie, wirklich, wirklich. Ja? Wenn wir nur um 10 Jahre älter wären, wäre sie die richtige Frau für uns. Eure Majestät, ich wollte Ihnen anbieten, ich adoptiere Sie als Sohn. Wir sind aber noch nicht abgestillt. Aber das werden wir jetzt vielleicht woanders besprechen. Sie darf uns jetzt ganz kurz begleiten, Seifelstein. Seifelstein. Zeigen Sie dem Auditorium irgendwas im Fernsehen. Meine Damen und Herren, während seine Majestät offenbar einen anderen russischen Brauch kennenlernt, ist für Sie ein Dinner angerichtet und zwar ein Dinner for One. Wir schalten wieder in die Residenz seiner Majestät. Die Weisheit unseres geliebten Kaisers hat alle Dimensionen gesprengend. Sämtliche politische Empte im Land sind abgeschafft. Und unser Monarch wird sich höchst selbst um die Probleme seines Volkes kümmern. Nun folgt aber die Auerung durch die Anzeige zum Werkstatt. Wir haben einen Kaisersatz. Uns geht es nie mehr schlecht. Also, wir haben der Ushakova nur einen Gesangsunterricht gegeben, Seifelstein. Verstehe, Majestät. Zeigen Sie, was gelernt haben wir schon, Eure Majestät. Ja? Ich habe eine Überraschung für Sie adaptiert für eine Musik von K&K-Komponist Franz Leher. Eure Lippen, sie küssen so heiß, Eure Glieder sind schmigsam und weiß. In den Sternen, da steht es geschrieben, ihr sollt küssen, ihr sollt lieben. Und so sink ich im Rusch, die Lieder ist, Eure Lippen, sie küssen so heiß. Also, wenn Sie sich outet, müssen wir auch was sagen. Also, für uns war es auch ganz okay. Herr Seifelstein, wir haben uns entschlossen, dem Volk ein paar aufmunternde Worte für nächstes Jahr mit auf den Weg zu geben. Ausgezeichnet, Majestät. Wünschen Majestät die Anwesenheit des neuen Kabinetts. Ja, sind alle da? Frau Merz. Na, hinsetzen. Ja, das ist eine Regierung, die tut, was ich sage. Das ist ganz nach unserem Geschmackshalbstein. Geliebtes Volk, liebe Untertanen, nächstes Jahr, nicht? Zicke, zacke, zicke, zacke, nicht? Alles super, nicht? Also, hmmm. Prost. Ist nicht mal zu weit, Seifelstein. In wenigen Sekunden, Majestät. Wollen wir das Neujahr gemeinsam einzählen? Na, alles dann. Also, Usherkower, komm uns her. Achtung, in zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Prosti! Der ORF wünscht Ihnen ein schönes neues Jahr. Schöne Racheten. Schöne Racheten. Wie haben Sie das gemacht, Seifelstein?